Ein neuer Ford Transit steht hier zum Verkauf. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für sieben Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 4,5 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 31.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Köpler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.